Gibt es noch jemand, der einen nicht angekündigten Lightning Talk mit hat? Nein, damit beschließe ich den heutigen Abend. Ich möchte euch noch auf diese Zettel hier hinweisen. Da könnt ihr euch eintragen für unseren Newsletter. Da erfahrt ihr dann die nächsten Termine, die nächsten Vorträge und was wir alles so in nächster Zeit vorhaben. Und damit darf ich den Abend beschließen. Es gibt Bier, Mate und hoffentlich ein paar nette Gespräche. Dankeschön.